Mein Wäscheständer ist weg, so'n Dreck. Ich hab ihn in den Wäschekeller gesteckt. Der Gemeinschaftswäsche Keller, wo ein Schlüssel nicht steckt. Denn man muss ihn aufschließen. Doch irgendjemand hat es nicht gecheckt. Oder gerade erst recht weggesteckt. Den Wäscheständer mir geklaut, oh Schreck. Jetzt ist mein Wäscheständer weg. Wenn ich diesen Kerl erwische, dann steck ich ihn in den Dreck. Mit seiner Schnauze in seine Fäkalien rein. Denn ich finde sowas gemein und ich könnte ausrasten. Und Rache, Rache ist dann mein. Rache, Rache ist dann mein. Wer klaut denn sowas? Wer hat das nötig? Wer klaut denn sowas? Und kann noch eines gutes Gewissens da morgens nachts aufwarten? Und was soll das überhaupt? Wo soll ich denn jetzt meine Wäsche aufhängen? Verdammt nochmal. Ich kann die ja noch nicht hier in die Bude bei dieser Kälte. Da beschlagen doch die Scheiben. Verdammt nochmal.